So, Willkommen zurück bei REVT Versuchen mal wieder zu überleben Auch Und am kleinen Los Scheiße Ah, wo ist man? Wir brauchen echt mehr Fangnetze Was gibt's da? Echt, hier ist Da kommt noch was Und da kommt noch was Na, greift doch zu Kehrt da rein Jetzt Äh, nein, 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 nein Siegel gehabt Siegel, Siegel, Siegel So So Die Richtung Können wir uns doch da hinführen Zu dem Floß, oder? Nein Nein Die Richtung sieht doch ganz gut aus So Jetzt schauen Heifisch, bitte Sei nicht hier Ja Gebrauchen wir hier So, und hopp Jetzt haben wir Knappst noch was da Auf dem Ding, nein Und schnell zurück So So Hoffen wir das Wir jetzt Das ist Und dann Die Schrottenzone Kommen Hier sammeln Hier sammeln Auch noch Dreck Da hat er gerade Fast zu sehen So Ich glaube das passt so Ähm Wir wollten bauen Netze, Netze, Netze Sammelnetz Herstellen Herstellen Kann ich noch mehr herstellen Kann ich noch mehr herstellen Zeit Herstellen Okay Okay Ähm Netze Müssen die 8 sein Müll einig sammeln Plastik Ah ja Meine guten Netze Wie sieht's aus Ähm Sieben Mit Süßwasserfüll Trinken Mit Süßwasserfüll Salzwasserfüll Platzieren Hatten wir noch Fische gehabt Oha Heifisch Nur mal auf den Diesen Rohlen Heifisch Platzieren Und dann geht's weiter Holz Das wird schon allein gesammelt Blanker Bleib stehen Oh Wow ein Pass Jackpot Ganz viele Blanken Oh Ich dachte da vorne Schirmt ein Wal Mal Kurz in meine Sammelnetze schauen Nein Nein Nicht mein Netz Nicht mein Netz Oh Oh Kacke Oh Scheiß Dreck Scheiß Dreck Aber auch Wenn ich Wenn ich am Sammeln bin Am besten Direkt schon mal Na gut Blanken platzieren Platzieren Blanken platzieren Wir haben Hunger Wir haben Hunger Wir haben Hunger Hunger Oh Welt Nein Nein Da 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 Fischi 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 Komm Wertfertig Ich hab Hunger Oh Ähm Neue Kiste Kleines Lager Ja schön Komm Komm Tu Haifisch Steak So Acht Essen So Ich Muss Angeln Wow Was ist denn jetzt hier los Wir brauchen dringend Futter Wir brauchen dringend Futter Oh Ich Acht An An Aus An 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Warum denke ich immer der Haifisch greift gerade an hier? Wow wow wow! Blanker Ähhhhh B-b-b-b-b-b-b So, schön gegen die Haar-Insel-3 Oh, hoch mit hier So Einfahren Jetzt ähm Brauchen wir ein Lager Öffnen Kartoffeln rein, Zwiebeln rein Welz rein Plastik 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 So Wir packen hier Nein Keine Du Dummer Nein Mh 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 Müsste so die Richtung sein Jawohl Muss ich mal kurz schauen Ein Anker Ei Mh 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 werfen wir einfach mal den anker ich muss kurz schauen süßwasser trinken salzwasser rein da entfernen ich müsste ja auch schon wieder angeln ich hoffe wir sind schon zu weit von der insel entfernen drüben sind Fässer und die Angel ist kaputt nahrung angelrote palmblatt scheiße komm 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 wir müssen doch noch in irgendeinem kleiner Hering Holz öffnen hier was drin natürlich auch nicht scheißdreck da 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 fahr ich in die falsche richtung hier irgendwie tut sich hier nicht mehr viel dann lass uns da lang fahren wo ist der Müll wo ist der Müll wo ist der Müll hier irgendwie passt die die fahrtrichtung nicht hier ganz Plastik öffnen öffnen da gibt da ganzes Plastik hinten Das war's für heute. Mist, sind wir irgendwie gegen die Insel geschrappelt oder was? Scheiße, du blöder Hai. Du stirbst. So, dann beenden wir mal die Folge hier. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.